Ab nächstem Montag bei RTL 2, die neue Staffel X-Diaries. Jetzt geht der Urlaub richtig los. X-Diaries, Skyline. X-Mal-Urlaubs-Werts. Irgendwie habe ich das Gefühl, Michelle fährt total auf Tom ab. X-Mal-Dramen. Der ist so ein Arschloch, der Alex, ey. X-Mal-Fun. Und endlich Sex haben. X-Mal-Urlaub. Ja, wie geil. X-Diaries, die vierte Staffel. Ab nächstem Montag um 18 Uhr bei RTL 2.